dp audiobooks präsentiert wiedersehen der lieber teil 2 der reihe herzklopfen in little falls geschrieben von karin bell gelesen von sarah dorsel wir wünschen viel freude beim hören prolog audrey audrey mein schatz sei doch so lieb und nimm den eistee gleich mit raus mach richtig tante dorothy audrey legte ihren gameboy den sie eben aus ihrem rucksack geholt hatte neben die aufgefüllten gläser und balancierte das tablett vorsichtig zur hintertür die zur veranda führte sie liebte den pfirsich eistee den ihre tante jeden morgen frisch für die gäste im bed and breakfast zubereitete und der so fruchtig duftete er stimmte sie sogleich auf ihre sommerferien in little falls ein die sie wie in jedem jahr fernab von chicago verbrachte drei wochen nur abenteuer natur und badespaß am see ohne ihre eltern audrey pustete eine strähne die sich aus ihrem zopf gelöst hatte aus dem gesicht und schnitt wilde grimassen um ihre brille wieder in die richtige position zu bringen anschließend stieß sie mit dem ellbogen die fliegengitter tür auf und trat hinaus wo sie das tablette auf einem korbtischchen abstellte sie zog den rechten träger ihrer latz soße der beim öffnen der tür leicht verrutscht war wieder auf die schulter und kniff argwöhnisch die augen zusammen als sie die drei cassidy brüder am ufer entdeckte mist was hatten die schon wieder hier verloren sie waren weder gäste des bnb noch mit ihrer tante verwandt aber sie kannte die antwort schon im bnb war jeder will kommen egal ob er hier urlaub machte oder in little falls wohnte wie zum beweis tauchte eugene der mann der bürgermeisterin mit einem handtuch um die hüften auf und legte sich nachdem er sich gründlich mit sonnenöl einbalsamiert hatte auf eine der liegen auf der wiese lautes schnarchen lenkte ihre aufmerksamkeit zurück zur veranda wo sie rosie und manfred entdeckte ein älteres ehepaar das schon seit jahren zu den stammkunden gehörte vielleicht konnte sie rosie später wenn sie ausgeschlafen hätte zu einer partie skippo überreden audrey ließ sich auf die sonnenliege plumpsen und schnappte sich ihren gameboy solange jenner nicht hier war wollte sie sich den drei jungs nicht stellen außerdem war heute ihr erster tag und den wollte sie sich nicht gleich durch einen streit mit clayton vermasseln sie linste über den brillenrand und schüttelte genervt den kopf der mittlere kässe die spross wirkte seit letztem sommer sogar noch eingebildeter nicht nur dass er seine baseball cap verkehrt herum trug nein jetzt hatte er auch noch eine verspiegelte sonnenbrille die seinem ego eindeutig nicht gut tat audrey schaltete den gameboy an und zuckte ob des schrillen signaltons zusammen mist jetzt hatte sie nicht nur rosie geweckt sondern auch claytons aufmerksamkeit auf sich gelenkt der auf dieses signal offensichtlich ansprach schnell warf sie rosie einen entschuldigenden blick zu doch die hatte die augen bereits wieder geschlossen und schnarchte nur noch lauter als zuvor clayton jedoch war hellwach und kam mit einem breiten lächeln auf die veranda zu unwillkürlich rutschte audrey auf der liege weiter hinab doch vergebens er hatte sie hinter den sprossen des geländers und einem handtuch das darüber hing bereits entdeckt audrey seit wann bist du wieder in little falls fragte er überrascht die hand lässig am pfosten des veranda dachs abgestützt mit der anderen hand wischte er sich die sonnenbrille aus dem gesicht wo sie auf dem käppi zum liegen kam dabei entging er nicht wie seine augen unschlüssig erst ihren gameboy und dann den eisgekühlten pfirsichtee fokussierten hi clayton ich bin gestern nachmittag angekommen sie schnitt eine grimasse ehe sie die minikonsole in der brusttasche ihrer latzhose verschwinden ließ sicher war sicher denn claytons sehnsüchtigen blick nach zu urteilen dauerte es keine sekunde mehr bis er seinen charme ausspielte um an das spielzeug zu kommen wie gut dass sie sich davon nicht beeindrucken ließ ihr mund verzog sich automatisch zu einem grinsen oh du hast jetzt einen gameboy fragte er so beiläufig als hätte er das ding eben erst gesehen habe ich zu weihnachten bekommen erwiderte audrey im gelangweilten ton und kämpfte mit ihrer selbstbeherrschung um nicht lautlos zu prusten mit der linken hand griff sie nach einem glas eistee dann rückte sie sich wieder die brille zurecht die bei dem schwül warmen wetter permanent verrutschte du gehst heute nicht schwimmen wechselte clayton abrupt das thema und brachte audrey mit dieser frage in erklärungsnot aber sie konnte ihm ja schlecht berichten dass sie gerade zum zweiten mal in ihrem leben besuch von tante rosa hatte und aus eben diesem grund lieber auf der veranda saß als auf der luftmatratze die sich cole heute von ihrem onkel dean ausgeliehen hatte hoffentlich war es schnell vorbei nicht auszudenken wenn sie ganze drei wochen nicht schwimmen konnte alles in ordnung du bist auf einmal knallrot im gesicht fragte clayton irritiert der gameboy schien vergessen ja mir ist nur etwas warm erwiderte sie schnell und nahm wie zum beweis einen großen schluck vom eistee willst du auch einen fragte sie eilig und gratulierte sich für diesen genialen einfall der eistee würde clayton eine weile beschäftigen und ihn von ihr ablenken danke clayton schnappte sich schnell ein glas als hätte er nur auf ihre aufforderung gewartet und ließ sich auf dem korbsessel neben ihr nieder na super das war eigentlich nicht absicht gewesen herum verkrümelte er sich nicht wieder zu seinen brüdern und ließ sie in ruhe auf jenna warten clayton setzte sich nun wieder die sonnenbrille auf ehe er eine oktave tiefer sinnierte hier lässt es sich aushalten ein kühler drink er verzog den mund als hätte er eben einen großen deal abgeschlossen und prostete dann manfred zu der zwischenzeitlich im bnb verschwunden war und nun mit einem bier nach draußen kam fehlt nur die dicke zigarre im mundwinkel schoss es audrey durch den kopf oder zumindest eine kaugummi zigarette schließlich war clayton erst zwölf genau wie sie für einen moment fragte sie sich wie lange er hier wohl noch sitzen wollte es war nur eine frage der zeit bis sie sich wieder dermaßen in die haare bekamen dass clayton beleidigt wie eine leberwurst abrauschte sein aufgeplustertes ego vertrug einfach keine kritik außerdem verwirrte sie allein schon die tatsache dass er mit ihr auf der veranda saß als wären sie beste freunde hatte er sich womöglich doch geändert ehe sie weiter grübeln konnte wurde hinter ihr die tür aufgestoßen und jenna kam mit einem freudenschrei auf sie zu audrey audrey du bist endlich wieder in little falls die freundinnen fielen sich stürmisch in die arme und hüpften übermütig auf und ab dabei lenkten sie auch eugenes aufmerksamkeit auf sich der sich nun neugierig von seiner liege erhob beim anblick seiner retro shorts mit paisley muster und den weißen hochgezogenen tennis socken die er immer noch trug verschlug es sogar ihr für einen moment die sprache dann zischte sie jenna übermütig zu kein wunder dass er so weiße storchen beine hat jenna hielt sich vor lachen den bauch und winkte eugene kurz zu der daraufhin freudig die hand hob oh clayton hab dich gar nicht gesehen begrüßte sie den jungen der immer noch auf der veranda saß anschließend schenkte sie audrey einen fragenden blick den diese mit einem augenrollen quittierte am besten gehen wir rein da können wir uns in ruhe unterhalten schlug audrey vor und bemerkte wie claytons hoffnung auf eine runde zocken schwand er konnte einem geradezu leid tun wie er da mit seinem traurigen dackelblick saß sie zögerte nur einen kurzen moment ehe sie den gameboy aus ihrer brusttasche zog und in clayton reichte wehe du machst ihn mir kaputt dann gnade dir gott nein stotterte der sonst so coole junge und wirkte mit seinem aufrichtigen lächeln auf einmal sehr sympathisch bevor sie es sich anders überlegen konnte hakte sie sich bei jenna unter und betrat mit ihr das bnb das war sehr lieb von dir mein schatz dorothy die ihre augen und ohren wohl überall hatte kam den mädchen entgegen und schenkte ihrer nichte ein stolzes lächeln audrey verzog verlegen den mund sie war schließlich kein unmensch außerdem wusste sie dass ihre tante die cassidy brüder liebte als gehörten sie zur familie ich will ja nicht schon am ersten tag einen streit anzetteln erwiderte sie mit einem frechen zwinkern und wie heißt es so schön die klügere gibt nach eins clayton 13 jahre später clayton trat aus dem haus ins freie und bewunderte sein werk voller stolz es gab für ihn nichts schöneres als mit den eigenen händen etwas altes wieder in ein schmuckstück zu verwandeln noch vor einigen monaten war dieses haus eine heruntergekommene bretterbude gewesen dennoch hatte sein dad darin von anfang an etwas besonderes gesehen und es gekauft